Äh, ich dachte eigentlich, die muss da rein, aber das geht ja anscheinend gar nicht. Wo muss ich denn sonst hin? Da drüben? Oh, kennen wir dich schon? Ja, Bruce. Ah! Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Äh. Hihihi. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? Oh. You read too many conspiracy sites. Ja, ähm. Oh. Nee. Nee. Das ist ein Buchstabe. Eine 4 und zwei Nullen. Ist das echt so schwer? Hi, Brooke. Let me get... Uh. That looks like a fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that. Especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here. Give the drone a whirl around campus. Whee. Äh. Ich kann das übrigens nicht steuern. Das, äh, passiert gerade automatisch. Oder kann ich es trotzdem steuern? Nö. Sieht nicht so aus. Lustig. Ach ja. Was für ein Zufall, dass ich gerade heute was auf YouTube über Drohnen und Fotografie gesehen habe. Kann ich nochmal mit dir sprechen? I bett David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here. Give the drone a whirl around campus. Nö. Ach, komm schon. Ich wollte doch nur... Mann. Okay, jetzt hau ich ab. Ah, ich sollte vielleicht mal... Ja, dreh dich. Ah, klar. Das hätte man auch irgendwie aus den Posern erschließen können. Da ist das Swimmingpool. Dann... Sind hier die Zimmer? Ach, hier waren wir schon. Es gibt hier viel zu viel zu erkunden. Viel zu viel. Ja. Super. Oh, können wir mit dem da reden? Ach, der schon wieder. Fotoalbum. Evans Portfolio always looks so uber-pro. I'd love to see his photos in there. Okay, jetzt sollte meine Steam-Anzeigen-Dingens da ausschreiten. Geht das überhaupt? Bestimmt. Come on, Logan. Bring it, brah. Es ist hier schön ruhig. Gefällt mir. Ah, das ist der Logan. Den stimmt, den kennen wir auch schon. Ach, das sind die ganzen Vortex-Leute hier. Ist das Kate? Kate! Können wir noch mal mit ihr reden? Ach, wir haben da noch gar nicht mit ihr geredet. Ja! Okay, 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 okay. Schade. Schade, die hier rumsitzen. Das sieht sehr gemütlich aus. Ach, die schon wieder. Darf ich da bitte mal dran vorbei vielleicht? Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie-ho of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif-hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Ja! 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 Irgendwie war mir... Oh, warte! Warum hab ich da bloß schon mitgerechnet? Leid ab! Macht schon Sinn. Regenbogen! Oh, kann man das? Hi, redest du mit mir? Ich möchte gerne den Sprinkler... Na gut. Die Tür sah gleich so verdächtig aus. Möchte ich das, oder? Ich kann da gar nicht rein. Gut, dann ist das der Weg. Ey, Mädchen, chill! Meine Wintermütze besteht aus Kaschmir. Das verträgt sich sehr gut mit Wasser. Kann ich da jetzt durch, oder reicht das noch nicht? Oh, oh. Das sieht irgendwie keiner böse aus. Okay. Wie bringen wir das zum Wackeln? Wir brauchen eine Steinsch... Schleuder. Hi. Logan, oder? Logan? Hieß du Logan? Du heißt gar nichts mehr. Du hast deinen Namen verloren. Tut mir leid. Passiert häufig hier so in der Gegend. Was? Rewind und find something. Aber ich... Hä? Hä? Ja, aber ich... Jetzt weiß ich gerade nicht, was das Spiel von mir will. Also ich bin dafür, dass es was mit dem Football zu tun hat. Aber ich kann die ja gar nicht ansprechen. Ich würde gerne... Ja, der Eimer so wahrscheinlich irgendwie umkippen, nehme ich an. Aber wie mache ich denn das? Oh, das war jetzt weit. Okay, Moment. Ja? Jetzt muss ich irgendwas mit dem Eimer machen. Können wir nicht trotzdem die Sprenklernanlage hochdrehen? Und jetzt will ich, dass ihr bei ihrem schönen Kaschmir überall Lack rumhängt. Ist glaube ich sogar wirklich Lack, ne? Er streicht das Fenster. Die wird mir gerade ein bisschen zu arrogant. Ich weiß jetzt nicht, andererseits... Oder ist das... Das ist doch kein Wasser, oder? Ich weiß jetzt nicht, was Handtücher da bringen sollen. Ähm... Ich habe ein wenig Talent. Mr. Jefferson hat mir gesagt. Ich habe gesehen, dass du deine Bilder hast. Du hast ein tolles Gesicht. Richard Avedon-eske. Er ist ein von meiner Heros. Ich weiß nicht, Max. Hm. Ich hoffe, die sluts gett mir ein towel, bevor sie auf mir hangen. Sie verdient eine bessere Chance. Sorry about blocking you und... Und die go-fuck-yourselfie. Das war mean, aber ziemlich lustig. Wie macht man sich Freunde, indem man sie... Ich habe mich gespielt. Ich sollte sie gespielt haben. Nein! Nein, nein, nein. Ich finde das gut, so wie es jetzt läuft. Okay. Hey. Hurry, Courtney. Victoria wird so schmerzen, weil es so lange dauert. Äh, ja, bestimmt. Nee, aber ähm... Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich habe es aber vergessen. Blackwell ist nicht so groß, aber es fühlt sich sicher wie ein Labyrinth. Willkommen in Blackhell. Oh, äh, gut, wir haben die 219. Da haben wir gegen Ende. Das werde ich mir ehrlich nicht merken können. Aber dafür hängt die auch eine Karte. Super. Nee, danke. Ich wette, wir sind hier noch oft genug. Max's Room. Aber hier gucken wir mal. Ach, doch, bestimmt. In dir steckt viel Potenzial. Oh. Oh, Mann. Max. Ja, besser als gar nichts. Gemütliches Zimmer. Ja, da unterscheiden wir uns, Max. Wäre ja auch irgendwie doof, wenn du wirklich mit verschlossenen Augen, also wortwörtlich mit verschlossenen Augen durch die Welt laufen würdest. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Mit Mineralwasser. Ach, wer braucht denn das schon? Also ehrlich, ich habe, ich war kein Fernseher. XO, XO, XO. Es gibt doch nichts Professionelleres. Na, mal gucken, ob ich jetzt auch inspiriert. Mann. Mann. Ich glaube, ich könnte meine Kamera aus diesen Ort nehmen. Schau an diesen Schuss. Ich liebe Julia Cameron's Victorian-Vibes. Das kannst du jetzt auch. Also freeze nicht. Also vielleicht auch. Das werden wir garantiert gleich noch lernen. Und dass wir noch viel mehr anderen Scheiß können. Das sieht sehr arg nach Google Chrome aus. Okay. Will mir noch irgendwas anderes sehr Wichtiges rumfliegen? Viel zu viel. Da ist was dran. Ich hatte jetzt schon gehofft, da wäre Unterwäsche drin. Okay, ich verstehe langsam, was so Max's Musikgeschmack ist. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Warum sollte ich das ausmachen? Ja, das ist José González. Cool. Geil. Hier bleibe ich. Warte, Moment. Es fühlt sich so gut, einfach zu relaxern. Dieser Tag hat so ganz bizarrt. Und es fühlt sich, als ob es für immer weitergegangen ist. Vielleicht werde ich jetzt aufgewachsen und herausfinden, dass ich all das alles träumte. Oder wie Poe gesagt hat, ein Traum in einem Traum. So, Leute, das Let's Play wird jetzt für 30 Minuten so weitergehen. Und ich finde es ziemlich lustig, dass ich das Pozitat sogar komplett kenne. Ach ja, ich bin so klug. Ihr sollt mich alle lieben und feiern und alles. Ich könnte jetzt anderthalb Stunden lang bleiben. Das ist voll geil. Aber Warren wartet. Und wir wollen mal keinen Strom verschwenden. Na, 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 ah. Das ist lame. So viel zu Gift. Also es ist wirklich eine Gabe. Wer hat Max jetzt nicht? Sich mit Kamera im Spiegel fotografieren. Boah, ist das scheiße. Sehr schön. Cookies. Na. Es ist schwierig zu glauben, dass ich jetzt 18 Jahre alt bin. Ich bin glücklich, dass meine Eltern mein Fotohabit in der Jugend ermöglicht haben. 18? Und vor fünf Jahren war sie zuletzt hier. Da musste ich aber irgendwie umgezogen sein. Ähm. Gitarre später. Warren wartet. Warren wartet. Äh, die klatschte Dana wollten wir erst. Ist das denn das Zimmer von Dana? Äh, hi, ich muss da rein. Äh, hi, ich muss da rein. Äh, hi, ich muss da rein. Juliette Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof is in her room. Äh. Ich muss mal, ich bin schlecht mit Namen. Das wird noch schlimm hier. Welcome to Black Hell. Ja, Juliette Watson weiß das stand. Ich bin so froh, dass ich hier raufgeguckt hab. Obwohl, ich kann ja auch zurückspulen, aber trotzdem bin ich froh. Okay, Victoria ist direkt gegenüber von uns. Äh, klopf, klopf. Äh, nee, klopf, klopf. Ich möchte gern klopfen. Oh, Max, das ist unhöflich. Äh, wir wollen jetzt hier aber nicht groß rumschnüffeln. Ist da wohl jemand ein wenig neidisch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, ich will hier gar nicht kurz rumschnüffeln. Ich will eigentlich nur, äh, den, den Beweis finden. Auf dem Tablet dann wahrscheinlich. Ist sie going to get a 3D printer for her dorm room? Whoa. Maybe I will join her Posse. Cool. Ähm, da ist schon mal kein Beweis. An ihrem Laptop vielleicht. Ich will hier echt nicht rumschnüffeln. Okay, mehr kann man da eh nicht lesen. Okay. Dann, hopp. Das wird eh nicht gut gehen. Das wissen wir alle. Und schon steht jemand vor der Tür. Nein? Nein? Das hat geklappt? Geil. Ha. Der hat übrigens gerade einen Fehler gemacht, die mehr in dich selbst zu lesen. Ach, egal. Ohohohoho. Warren wartet jetzt aber auch schon irgendwie lange genug. Vor allen Dingen wartet er halt wirklich lange genug, weil Max irgendwie nie antwortet. Ein sehr sportliches Zimmer. Aber hier waren wir jetzt mal auch nicht groß. Ohohoho. Ja, ich würd gern... Nee, ähm... Sorry. Äh, rückspulen. Zurückspulen! Ich will das... ...gerne auch in echt können. Äh, und nehmen Appoint... ...must protect my precious, so Max never has to chase it down again. Ah, yeah. Hey, Dana. Hey, Dana. Äh, nee, wir haben kein Gerücht über sie gehört. Äh, nee, wir haben kein Gerücht über sie gehört. Äh, nee, wir haben kein Gerücht. Aber ich wüsste, Viktoria würde all over that action. Oder has been. Max, du bist smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. What do you mean? Oh, nothing. When you open the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Na gut, wir wissen also, dass sie schwanger ist. Zumindest sind wir uns relativ sicher. Ja, 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 ja. Tut mir leid. Äh, wo ist denn Warren? Ist er auch hier? Dafür haben wir unsere schöne Karte. Ah, nee, äh, Goals. Ähm, dann sind wir hier falsch. Warren, äh, es stand bestimmt bereits irgendwo, wo ich ihn finde. Aber, ich wäre ja nicht Teil, wenn ich das wüsste.